Hallo und herzlich willkommen hier, zurück zur Rideshow, meine lieben Freunde, da bin ich schon wieder, ihr denkt euch, what the fuck, Planet Coaster Overload, oder was, du warst doch vorgestern erst da mit der Rideshow, ja, Freunde, ich hab ja gesagt, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht sogar dreimal, womit ich an hab ich halt ein bisschen Zeit, weil Urlaub, deswegen kann ich jetzt nochmal direkt eine Folge bringen hier, die Rideshow ist wieder zurück und wir befinden uns heute in den Alpen. Na ist doch klar, und wenn wir hier nach unten schauen, werden wir sehen, was werden wir da sehen, dass es frostig werden wird, denn wir gucken uns heute Olafs Slide and Spin Coaster an von Tricky Blaze Games und da sehen wir schon, es ist ganz schön frostig hier und da wir ja momentan noch Winter haben, übrigens ein frohes neues Jahr nochmal an alle, passt das ja ganz gut, ja, und warum, nehme ich gerade diesen Park, naja, ich wollte sowieso gerade eine Folge aufnehmen und da hat die gute Kimberly mir den empfohlen, beziehungsweise Park, warum sage ich eigentlich Park, Ride, den Ride, wobei hier ein kleiner Park auch drumrum ist, wenn wir uns hier mal umgucken, Also danke nochmal dafür, sonst hätte ich mir jetzt gerade selber schnell was ausgesucht, aber so nehme ich einfach mal deine Empfehlung, Olafs Slide and Spin Coaster, da bin ich mal drauf gespannt, also ein kleiner Park ist es schon, aber wirklich nur mini, es sind zwei, drei andere Attraktionen, hier hinten ist noch eine, Und ja, die Hauptattraktion ist aber er hier, kennt ihr den? Also ich kenne ihn nicht leider, er ist von Frozen, einem Disney-Film, ich habe den leider nicht gesehen, soll ganz gut sein, ne? Vielleicht gucke ich mir den ja irgendwann mal an, aber er scheint ein lustiges Kerlchen zu sein, mit einem Zahn im Maul, sehr, sehr gut und ich glaube ihn auch schon mal so gesehen zu haben, Deswegen, ich glaube, mich erinnern zu können, dass er sehr gut getroffen ist, hier mit dem Terrain-Tool geformt, sehr, sehr schön und wir sehen auch schon hier, es ist die Idee, die auch, die wir schon mal im Arctic Valley gesehen haben, eine quasi Rodelbahn, ja? Die aber wahrscheinlich, wenn wir uns das anklicken würden, eine Achterbahn ist, ja sicherlich, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee und da wollen wir natürlich schnellstmöglich mitfahren, da bleibt natürlich kein Auge trocken. Schauen wir doch mal, wo es denn reingeht. Hier, da sieht es nach Eingang aus und zwar ist das wie im Phantasial zum Beispiel, die beiden Spinning-Coaster, ähm, Ninja, Winja, nicht Ninja, Winja Sphere and Winja Force und hier haben wir Olaf Slip und Olaf Slike, das heißt, wir fahren mit zwei Achterbahnen. Gehen wir erstmal in Slip. Slip? Wieso eigentlich Slip? Ich dachte Spin. Egal. Äh, wir gehen auf jeden Fall hier rein und wir sehen, es geht hier nach unten, es wird ziemlich frostig, hier auch natürlich mit, ähm, Felsen gearbeitet, nicht alles nur mit Terrain-Tool und natürlich auch mit Licht und dann ist hier der Einstiegsbereich und da wollen wir natürlich direkt, da müssen wir natürlich aber auch mal hier das Interface anmachen, da wollen wir natürlich mitfahren. Wo sind wir jetzt? Ah, perfekt, das ist doch mal perfekt. Selten erlebt, dass wir perfekt einsteigen. Also, wir setzen uns rein. Hier, Klabautermann, machst du mal an? Hier, werfen wir das Maschinchen an hier. Wir wollen ein bisschen frostige Stimmung um unsere Ohren kriegen hier. Komm, drück das Knöppchen, Alter, wir sind ready, wir wollen los. Es geht los hier. Olafs, was war das jetzt? Slidespin? Äh, was gab es noch? Ich weiß es nicht, es ist doch auch vollkommen wurscht. Wir wollen auf jeden Fall loslegen hier. Und da dauert es ein bisschen. Wurde wahrscheinlich auch eingestellt, dass jetzt nicht direkt, äh, released wird, wenn man hier voll ist, weil wahrscheinlich, könnt ihr mir vorstellen, soll man, ähm, um diesen, um diesen Olaf herum, ja, zum Beispiel, äh, soll man wahrscheinlich alleine fahren, mit einer anderen Gondel, wahrscheinlich der anderen Bahn und nicht, dass da Tausende irgendwie vielleicht sind und kollidieren. Man weiß es nicht genau, warum jetzt hier gewartet wird. Auf jeden Fall wird gewartet. Wir können ja mal vorspulen, bis es hier losgeht. Müsste ja jeden Moment soweit sein. Gustav, da ist es. So, wir fahren direkt auf den Lifthill zu und sehen, dass die Bahn doch nur eine ist. Was ist das denn? Hat die nur zwei Stationen? Da kam doch gerade die eine Bahn auf diese hier drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht ist die aber auch doppelt gebaut. Übereinander. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, die ist übereinander, sind die gebaut. Ja, ja. Das Colliding hat er ausgemacht und dann hat er die genau übereinander gebaut. Zwei Bahnen sind das nämlich. Clever. Und dann wird man hier released in den Bob-Kanal, liebe Freunde. Geil. Und da ist nämlich direkt hinter uns. Das ist ein anderer. Direkt hinter uns ein anderer. Das ist die andere Bahn. Das ist also dieselbe Strecke. Ich dachte, das wären zwei verschiedene. Nein, das ist dieselbe. Alter, hier weiß man ja gar nicht mehr, wo man unten ist. Und mein lieber Stolli. Auch ziemlich rasant. Da wird man erstmal ein bisschen abgebremst. Hinter uns direkt der andere. Ist eine geile Idee. Kannte ich so auch noch nicht. Und man jagt sich hier, ja. Beziehungsweise die anderen jagen uns. Wir sind natürlich vorne. Mega gute Idee. Und auch mega gut kreiert hier, weil man sieht die Schiene tatsächlich nicht und man ist wirklich immer nah am Berg dran. Ist natürlich komplett unrealistisch, klar. Aber was soll's denn? Es ist witzig und es macht Bock. Die hat nicht so viel Spaß hier. Was ist los da? Wart doch mal ein bisschen. Lach doch mal. Ah, da geht's los. Alles klar. Jetzt hat sie Spaß. Ah, jetzt kommen wir hier in den Spinning Whirl. Um den Schneemann herum. Um Olaf herum. Entschuldigung. Wo ist der andere? Der müsste uns doch... Ne, er verfolgt uns nicht mehr. Der ist vielleicht anders hier rein. Ich weiß es nicht. Spannung pur hier. Der andere... Wo ist er? Keiner weiß es. Ich seh ihn nicht. Vielleicht ist er genau gegenüber. Juhu. Wo bist du? Keine Ahnung. Leute, Leute. Sehr geil. Sehr, sehr geile Idee hier. Ich guck mir gleich auf jeden Fall nochmal die Fahrspuren an. Denn die müssen hier auf jeden Fall kolliden. Und deswegen kommt auch nicht direkt einer hinterher, weil man mit dem zusammenprallen würde. Klar, da will man nicht, dass das kacke aussieht. Ähm. Und jetzt wird das hier auch schon langsam. Und man geht jetzt hier in den Tunnel rein, den wir gerade kurz gesehen haben. Quasi in Olaf. Jetzt sind wir unter Olaf. Uh, jetzt wird's bunt. Jetzt wird's auch noch bunt hier. Was heißt bunt? Eigentlich nur blau. Aber trotzdem geil. Alter Schwede, ey. Was man alles mit Planet Coaster machen kann. Es ist unfassbar, liebe Freunde. Es ist unfassbar. Sind wir jetzt... Sind wir jetzt da, oder was? Ich glaube, wir sind wieder da. Ja, es sieht ziemlich danach aus. Jetzt will ich mir aber nochmal angucken, wie das Ganze aussieht, wenn wir den angeklickt haben. Steigen wir mal aus. Das Interface ist an. So, die eine Bahn ist angeklickt. Gehen wir gerade hier raus. Und dann sehen wir nämlich, wie die Bahn aussieht. Und da sehen wir, da geht's um den Olaf rum, da hinten. Das will ich mir mal gerade ansehen. Und deswegen wartet man auch. So, da geht's um den Olaf rum. Jetzt ist aber die Frage, wo sind die... Der war eben hinter uns, der eine Zug. Ist aber dann nicht mehr hinter uns gewesen. Wo ist der hingewiesen, war die Frage. Wahrscheinlich waren wir eben in dem und haben ihn einfach nicht mehr gesehen. Er war knapp hinter uns. Kommt ja auch immer drauf an, wie man sich dreht, ne? Aber die Schienen sind genau übereinander lagernd, würde ich fast sagen, oder? Nee, vielleicht auch nicht ganz. Weil... Sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall waren sie dann wieder hinter uns. Ich kann ja mal die andere anklicken. Gucken wir mal gerade die andere an. Äh, Gott. Ich muss hier... Durch Terra kann man nicht durch. Da muss man immer hier runter. Gut, ich hätte jetzt einfach sie so ankippen können. Und da sehen wir, die ist ein bisschen anders. Natürlich hier gegen Ende sowieso. Wo trennen die sich? Hier trennen die sich. Okay. Gegen Ende doch nicht. Also hier liegen die auch übereinander. Es gibt nur diesen einen Tunnel. Aber... Nee, sie trennen sich gar nicht. Sie sind wirklich komplett übereinander. Crazy, ey. Da auch über auf die Idee erstmal zu kommen, ey. Fantastico! Kann man nur sagen, fantastico. Macht mega viel Spaß, die Bahn. Ja? Und da jagen sie sich schon wieder. Super, super Idee. Super Idee. Macht mega Spaß. Da bin ich dabei. Leute, Leute, Leute. Hier. Tricky Place Games. Wenn ihr damit auch mal fahren wollt, ladet euch die Bahn herunter. Man sieht auch da hinten schön, wie sie da lange gezogen werden. Das ist mega schön. Das ist mega schön. Kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das related zum Film ist, weil ich ihn, wie gesagt, nicht gesehen habe. Aber mir allein schon ohne den Film gesehen zu haben, macht es schon sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Hier bei dieser kurzen, knackigen Folge der Right Show. Ich freue mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dahin. Macht's gut. Euer Brilli.